Also, ich kann nur eine große Bitte aussprechen. Die meisten werden sich jetzt auf den Weg machen, einen bayerischen Christbaum zu besorgen. Und ich hoffe natürlich, dass es dann auch wirklich ein bayerischer ist. Wir haben unglaublich viele Christbaum-Anbauer. Damit hoffen sie natürlich beste Nachhaltigkeit, kurze Wege, Transparenz und vor allem frische. Denn in der Regel werden bayerische Christbäume nach dem 10. November geschlagen.